Oh fuck, er verfolgt mich! Ich werd verfolgt. Ja, die verfolgen mich, glaub ich, beide. Ja, die verfolgen mich beide, literally. Die wollen mein S so hart. Oh fuck, ich bin außerhalb des Sturms irgendwie gekommen. Ich bin tot. Ja, what the fuck. Ich bin, ich komm in deine Richtung. Ich bin in deine Richtung. Die sind hinter mir. Immer noch. Die sind einfach immer noch hinter mir. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich, wie lange man einen chasen kann, einen Spieler. Ich wurde noch nie so lange gechased. Ich wurde noch nie so fucking lange gechased. Was ist das für ein Move? Kann man so hart chasen? Ja, die sind immer noch bei mir. Junge, heftigster Escape ever. Disengage ist einfach Key.